Da bin ich auch schon wieder mit dem zweiten Teil. Metal-Leute, Diemen hier. Ja, ich befürchte fast, dass diese Videoreihe zu einem Endlos-Format eskalieren wird, weil wirklich unglaublich viele Fragen gestellt werden. Wir kommen auch schon gleich zur nächsten Frage. Gab es manchmal normale oder gar annähernd sympathische Charakterzüge beim Wongel? Die Frage muss ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Es ist zwar richtig, dass Rainer in einem eher privaten Umfeld ein wenig anders ist. Das bedeutet dann aber eigentlich nur, dass er ja nicht so aggressiv und so super misstrauisch ist. Die Gespräche konnten noch so belanglos sein. Egal, ob jetzt über Musik oder private Dinge oder über irgendwelche Spiele. Rainer musste immer den Besserwisser raushängen lassen. Und ich finde, das kann man auch ganz gut an den veröffentlichten Discord-Leaks sehen. Ich habe da ja nicht kurz vor der Aufnahme gesagt, so Rainer, jetzt spiel mal bitte den unsympathischen Narzissten. Das hat er schon ganz alleine gemacht. Denn er kann einfach nicht anders. Viele würden jetzt sagen, dass das meistens bei irgendwelchen Diskussionen am schlimmsten war. Das stimmt aber nicht. Am schlimmsten war es eigentlich immer dann, wenn wir zum Beispiel zusammen mit Rainer irgendetwas gezockt haben. Wir haben eine Zeit lang das Spiel Raft gespielt. Ich denke, das ist euch allen ein Begriff. Rainer musste immer der Bestimmer sein. Er hat gesagt, wo es lang geht. Er hat entschieden, was gebaut wird und hat selber eigentlich nicht viel geleistet. Wenn wir dann mal nicht genau das gemacht haben, was er wollte, ist er einfach beleidigt abgehauen. Das hat er natürlich nicht nur in Spielen gemacht, sondern auch in Diskussionen. Da aber gar nicht mal, wenn man einer anderen Meinung war, sondern wenn er einfach nicht mitreden konnte. Wenn er das Gefühl gehabt hatte, dass er gerade einfach unerwünscht ist. Das passierte aber eigentlich sogar relativ selten, denn da kommen wir auch schon zur nächsten negativen Charaktereigenschaft. Rainer weiß alles und Rainer kann alles. Wir haben uns im Moderatoren-Team eigentlich recht gut verstanden und haben auch auf Rainers Discord-Server häufig einfach mal so gesprochen. Und es gab einfach kein Thema, wo Rainer sich nicht einmischen musste. Entweder er erkannte irgendeinen erfundenen Gumbel, der diese Situation so oder noch viel schlimmer auch erlebt hatte. Oder er hat sich irgendeine Anekdote aus seiner Kindheit überlegt. Ja, er musste wirklich überall seinen Senf zugeben. Am Anfang war das noch relativ lustig und wir haben dann privat geschrieben, also die Moderatoren untereinander und wussten, ja, jetzt lügte Rainer mal wieder, aber irgendwann war es einfach nur noch störend. Sodass wir unsere privaten Unterhaltungen irgendwann auf einen anderen Discord-Server ausgelagert hatten. Und obwohl ich mit Rainer wirklich über Monate zu tun hatte, gab es nicht einmal irgendeinen kleinen Moment, wo ich irgendwie etwas ähnliches wie Sympathie verspürt habe. Und das ist auch eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Mal Hand aufs Herz, wie oft hattest du auch ein klein wenig Mitleid mit ihm? Auch eine ganz einfache Antwort, nie. Ich hatte zumindest niemals Mitleid mit ihm, wenn ich wirklich aktiv Kontakt zu ihm hatte. So etwas ähnliches wie Mitleid habe ich vielleicht noch in den Jahren 2013 oder vielleicht auch noch 2014 verspürt. Rainer war zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht so unsympathisch, wie er es jetzt ist. Und damals hat man sich vielleicht gedacht, ach Mann, dieser arme, dicke Mann wird die ganze Zeit verarscht und er versteht es noch nicht mal. Aber die Wut über seinen Charakter war stets größer als irgendein Hauch von Mitleid. Ganz im Gegenteil. Viele Niederlagen in Rainers Leben durfte ich live miterleben. Und wenn ich da jetzt mal zwei Beispiele nenne, wie zum Beispiel damals, als er den Brief von der BLM bekommen hatte oder auch, wo er bei der Polizei angerufen hatte und die ihn ignoriert hatten und er dann angefangen hat zu weinen. Denn ja, da könnte man sagen, hattest du da kein Mitleid und nein, ich hatte da überhaupt kein Mitleid und musste sogar lachen. Ich weiß es noch, weil ich mich wirklich muten musste, damit Rainer das nicht hört. Aber die Situation an sich fand ich einfach nur sehr witzig. Und für viele, vielleicht sogar für einige Hater, klingt das jetzt empathielos und grausam. Aber wenn man wirklich über Monate diesen miesen Charakter erleben muss, dann, tja, dann fällt es wirklich schwer, so etwas wie Mitleid zu empfinden. Die nächste Frage lautet, gab es Situationen, bei welchen du der Meinung bist, dass er dich nicht verarscht hat? Anders gesagt, gab es Momente, bei denen er seine familiäre und allgemeine Situation einmal ehrlich reflektiert hat? Ich hatte das ja schon mal indirekt beantwortet. Also, man hört halt raus, wenn Rainer lügt oder wenn er die Wahrheit sagt. Und zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Familienleague, ja, der war zu 100% echt. Aber Rainer hat natürlich noch nie ernsthaft irgendetwas reflektiert. Wenn er mal eine wirkliche persönliche Niederlage hatte, dann hat er vielleicht mal für ein paar Sekunden oder Minuten drüber nachgedacht, ob sein Verhalten richtig war. Aber er ist dann immer relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass er nichts dafür kann und dass eigentlich alle anderen schuld sind. Es gibt eigentlich nur einen Moment, an den ich mich erinnern kann, wo Rainer, ja, vielleicht so etwas ähnliches wie Reflexion hatte. Und das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Viele wissen es ja, ich war nicht nur sein Gumbel auf dem Discord. Irgendwann war ich auch ein Autor auf seinem Autoren-Blog. Ich habe mich da einfach mit einer ganz neuen Identität beworben und bin angenommen worden und Rainer hatte für die Autoren auch ein Discord. Ich habe mit Rainer sogar auf diesem Discord gesprochen und er hat mich mal wieder nicht erkannt. Obwohl mein letzter Abgang, da glaube ich, nur drei oder vier Monate vorher war. Aber zurück zu dieser Situation. Rainer hatte ja auf dem Blog eine sehr brisante Geschichte veröffentlicht. Die Geschichte Prima Noctis. Er selber hat in seinem Wahn vermutlich nicht damit gerechnet, dass er so viel Gegenwind bekommt. Natürlich bekam er den ganz normalen Hate zu spüren, Aber auch andere Leute oder, ja, wie zum Beispiel irgendwelche Feministen haben sich über diese Geschichte beschwert, die ja auch wirklich sehr, sehr, naja, nennen wir es mal kritisch war. Und als das immer mehr wurde und sogar das Wort Anzeige im Raum stand, wurde er panisch. Er hat dann in dem Moderatoren- bzw. Autoren-Discord panisch nachgefragt, ob die Geschichte nicht vielleicht doch zu hart war. Das war aber irgendwann um 10 Uhr morgens und es hat natürlich nicht sofort irgendjemand geantwortet. Es folgte eine Lawine an Fragezeichen und Hallo. Ja, er war wirklich panisch und wollte wissen, wie unsere Meinung ist. Er selber war sogar irgendwann der Meinung, dass diese Geschichte einfach viel zu schlimm war. Aber wir Autoren konnten ihn natürlich als gute Kollegen beruhigen und haben gesagt, nein, das ist nur Gehater, die Geschichte ist schon voll in Ordnung. Zwinker, zwinker. Und da ich gerade den Familienleak angesprochen habe, kann ich auch gleich auf die nächste Frage eingehen. Und warum bist du bei dem Familienleak eingeschlafen? Naja, weil die Gespräche meistens viel länger waren als die eigentlichen Discord-Leaks. Und gerade dieser Familienleak war irgendwann um 2 oder 3 Uhr morgens. Und ich habe schon vorher Stunden mit Rainer gesprochen, war einfach müde und wollte auch schlafen gehen. Aber dann hat Rainer halt auf einmal angefangen, über seine Familie zu sprechen. Ich musste wirklich in dem Moment mit mir kämpfen, denn ich war unglaublich müde. Aber ich wusste auch, dass dieser Familienleak bzw. die Geschichte über die Familie Winkler sehr spannend sein könnte. Ja, dann bin ich halt aber doch irgendwann eingeschlafen und auf dem Leak hört man, dass Rainer das eigentlich ganz witzig fand und kurz gelacht hatte. Aber am nächsten Tag war er dann gar nicht mehr so glücklich darüber und hatte mich auch gefragt, was das soll und ob das so uninteressant ist, was er erzählt. Und naja, ihr kennt Rainer. Und diese Frage kann man nicht ganz klar beantworten. Man darf immer nicht vergessen, dass Rainer den Intellekt und das Gemüt von einem kleinen Kind hat. Die meiste Zeit denkt er sich schon, dass er eigentlich recht hochwertigen Content liefert und dass es genügend Zuschauer gibt, die ihn wirklich nur anschauen wegen seiner grandiosen Videos. Er hat zum Beispiel immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass seine berühmten Dragon Mondays unglaublich viel Arbeit in Anspruch nehmen. Und das stimmt in, ja, seiner Welt auch. Rainer ist halt sehr, sehr langsam im Kopf. Und für so ein Skript für den Dragon Monday hat er gut und gerne mal mehrere Tage gebraucht. Ich habe mir dann irgendwann mal den Spaß gemacht und einen eigenen Dragon Monday sozusagen geschrieben. Und das dauerte ungefähr 30 Minuten. Aber wenn man so doof ist wie Rainer und so viel Pech beim Denken hat, ja, dann denkt man halt, das ist wirklich sehr viel Arbeit und das ist dann ein, ja, grandioses, recherchiertes Video. Rainer denkt halt wirklich manchmal, er kann es eigentlich mit anderen YouTubern wie Rezo oder wie sie alle heißen, ja, mitspielen. Denn die machen ja im Grunde genommen nichts anderes. Andererseits gab es schon manchmal Situationen, in dem Rainer ganz genau wusste, dass er sein Verhalten, naja, nutzen kann, beziehungsweise so anpassen kann, dass er viel Aufmerksamkeit bekommt. Und da ging es gar nicht mal unbedingt um die Opferrolle, denn die Opferrolle hat er nie aktiv dafür genutzt, um irgendwie große Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil er wirklich davon ausgeht, dass er ein armes, kleines Opfer ist, was halt von ganz vielen Menschen geärgert wird. Und der gottverdammte Staat macht halt nichts dagegen. Nein, ich meine wirklich, ja, ganz spezielle Situationen. Ich war mit Rainer irgendwann, ja, spät nachts in einem Discord-Call und er hat dann mal seine Überwachungskameras angemacht, weil gerade mal wieder Hater vorm Tor waren. Und das war dann der Moment, wo die Hater irgendeinen Böller aufs Grundstück geworfen haben. Oder, ja, das war, glaube ich, eher so eine Art Kugelbombe oder, ja, wie auch immer. Die Explosion war ja wirklich relativ groß und ich habe mich selber sogar ein bisschen erschrocken. Und das allererste, was Rainer eingefallen ist, war nicht, ich rufe jetzt die Polizei. Gut, das hätte auch nicht viel gebracht. Nein, sein erster Gedanke war, das Video werde ich im Stream zeigen, dann kriege ich wieder richtig Aufmerksamkeit. Und das hat er wirklich wortwörtlich so gesagt. Das war aber wirklich nur eine Situation, denn um, ja, das wirklich aktiv zu nutzen, also dieses Instrument irgendwie Aufmerksamkeit dadurch zu erlangen, dafür ist Rainer halt einfach zu blöd und zu faul und zu inkonsequent. Die nächste Frage lautet, was hat er im Discord zum Thema Freundinnen gesagt? Wurde er je konfrontiert, dass er ständig online ist, aber angeblich zwei Frauen begattet? Also, in der Zeit, wo er angeblich seine zwei Mädels hatte, war ich nicht im Kontakt mit Rainer. Das war in der Zeit, wo er als Moderatorenteam das sogenannte Rudel hatte. Aber als ich selber als Mod Karnes mit Rainer zu tun hatte, ja, da hat Rainer eine Freundin gehabt. Und das wird jetzt vielleicht einige erstaunen. Diese Freundin stellte sich als Mona heraus. Ja, Rainer war tatsächlich relativ lange, naja, lange nicht, aber für Reiners Verhältnisse lange mit Mona zusammen. Ja, genaue Zeitangaben weiß ich nicht mehr, aber das waren schon so ein paar Monate. Rainer hat mir auch ab und zu mal über, ja, Beziehungsprobleme berichtet. Das war dann deshalb, weil seine Freundin, also wie wir jetzt wissen, Mona, ständig im Krankenhaus war, weil sie angeblich eine Autoimmunkrankheit hat. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch davon ausgegangen, dass das einfach irgendein, ja, Bärchen ist, die Rainer halt verarscht. Aber Rainer hat dann aus Versehen einmal eine Sprachnachricht von ihr abgespielt. Und als ich dann Mona in dem berühmt-berüchtigten Heiratsantragsvideo gesehen und vor allem gehört habe, wusste ich, ah, krass, das war die ganze Zeit Mona. Also Mona hat wirklich über Monate, ja, Kontakt zu Rainer gehabt, um ihn dann, ja, wie wir alle wissen, letztendlich auszunehmen. Aber das Thema Frauen ist natürlich so eine Sache für sich. Beim Thema Mona wissen wir jetzt, gut, er hat sich halt tatsächlich irgendwann mit ihr getroffen. Aber Rainer hatte immer mal wieder Freundinnen. Und da muss man ein bisschen Reiners Psyche verstehen. Rainer hat halt mit irgendwelchen Frauen oder manchmal auch angeblichen Frauen über WhatsApp geschrieben. Und hat dann irgendwann gesagt, ja, dass er verliebt ist und dass er eine Beziehung möchte und so weiter und so fort. Und das war dann für ihn eine Freundin. Also wieder in seiner Welt machte das alles Sinn. Und so war das auch damals mit seinen zwei Mädels. Den Rest hat er sich dann einfach dazu gesponnen. Die Zeit mit den zwei Mädels war unter anderem auch die Zeit, wo, ja, die ganz speziellen Bilder veröffentlicht worden sind. Wo eine Dame, nenne ich es mal, auf dem nackten Rainer liegt. Und das war tatsächlich eine einmalige Geschichte. Aber Rainer hat sich das dann halt so zurechtgesponnen, dass das Mädel Nummer eins ist. Und die Person, mit der er auf WhatsApp schreibt, ist Mädel Nummer zwei. Den ganzen Rest hat er natürlich dazu gedichtet. Also sprich, diese ganzen angeblichen Betteskapaden, die er mit den Mädels hatte. Manchmal gleichzeitig, manchmal alleine, ja. Aber seine Lügengeschichten hat er sowieso häufig auch wirklich selber geglaubt, weil er die so oft wiederholt hat. Ja, und er hat sich das vermutlich auch so sehr gewünscht, dass er irgendwie, ja, auf eine ganz komische Art und Weise da selber dran geglaubt hat. Und deswegen machte es für ihn auch total Sinn, dass er zwar die ganze Zeit im Discord online ist, aber nebenher zwei Mädels hat. Denkst du, Rainer wäre so bekannt wie heute, wenn er sich damals nicht dem Metal verschrieben hätte? Stellt euch mal vor, er würde nur Elektro oder Haus hören. Technoleude. Ich glaube, hätte er sich irgendeine andere Musikrichtung oder irgendeine andere Subkultur ausgesucht, hätte das großartig gar nichts geändert. Rainer wollte einfach irgendwo dazugehören. Und das Phänomen Drachenlord ist ja auch nicht deshalb so spannend, weil es um die Musikrichtung Metal geht. Man muss sich das nur mal vorstellen. Rainer hatte weder in seiner Kindheit noch in seiner frühen Jugend viele Freunde und gehörte eigentlich nirgendwo so richtig dazu. Und es geht vielen Jugendlichen so, dass sie sich dann irgendeine Subkultur aussuchen. Das kann denn die Metalmusik sein, das kann Punk sein, das kann Hip-Hop sein oder was auch immer. Und Rainer hatte es ja auch immer mal wieder versucht. Es gibt ja berühmte Fotos, wo Rainer ja fast schon als Skinhead auftritt. Man kann sich nur vorstellen, in welchen Kreisen er damals verkehrte. Außerdem ging es ja auch irgendwann gar nicht mehr um Metal. Rainer hat den harten Mettler eigentlich nur in den ersten Jahren gemimt. Irgendwann hatte er sich ja die Haare kurz geschnitten und ja, in seinen Streams lief dann auch eher Matthias Reim oder irgendeine schreckliche Nightcore-Musik. Allein daran hat man gemerkt, dass es ihm mit der Metalmusik nie so richtig ernst war. Er hatte jetzt sozusagen eine neue Subkultur gefunden. Er war einfach ein Bestandteil des Internets und brauchte dieses ganze Metal-Getue nicht mehr. Sicherlich würden uns heutzutage dann einige Schlagwörter wie Metal-Leute fehlen. Aber diese wären dann durch irgendetwas anderes ersetzt worden. Denn es ist ja auch nicht so, dass gerade die Metal-Musik unglaublich lustig ist. Rainer wäre einfach in jedem Bereich so etwas wie eine Karikatur. Und man hätte sich auch hervorragend über den Hip-Hop-Kasper Rainer lustig machen können. Und wie gesagt, Rainer identifiziert sich ja gar nicht mehr mit dem Metal. Die nächste Frage. Gibt es Drachis, die ihm die Lügengeschichten wirklich glauben? Bis zu neun Stunden schneiden, Briefe kommen nie an, immer sind die anderen schuld. Ich würde sagen, es gibt keine oder sehr, sehr wenige Menschen. Denn jeder, der sich ernsthaft mit dem Thema Rainer beschäftigt, merkt irgendwann, dass dieser Mann wirklich große Probleme hat. Und für diese Probleme ist er selbst verantwortlich. Man kann aber schon den Eindruck gewinnen, dass es ein Paar von diesen Menschen gibt. Und das sind dann entweder uninformierte, beziehungsweise noch uninformierte Menschen, die sich noch nie damit befasst haben und nur die Oberfläche sehen und ihm das dann vielleicht alles glauben und auch glauben, dass er ein armes Mobbing-Opfer ist. Und dann wiederum gibt es komplett verstrahlte Menschen, wie zum Beispiel Vanessa Miss Emotional war ihr Name, die ja auch häufiger dann mal im Discord war und sich schon länger mit Rainer beschäftigt hatte. Sie war auch häufiger im Stream und hat Kommentare geschrieben und sie wirkte auch nicht wie ein ganz geschickter Troll, der versucht hat, sich irgendwie bei Rainer einzuschmeicheln. Diese gibt es natürlich, aber die glauben Rainers Lügengeschichten ja auch nur deshalb, weil sie eigentlich so ungefähr auf dem geistigen Level von Rainer sind und deswegen kann man die eigentlich nicht mitzählen. Und dann gibt es natürlich noch die lieben Medien. Und das ist so eine Geschichte für sich. Und so ganz kann ich das auch alles nicht verstehen. Da ist aber, glaube ich, der Punkt, dass die meisten Medien einfach politisch korrekt sein wollen und ja, das Thema Mobbing ist dann natürlich ganz, ganz schlimm und der arme Herr Winkler wird von allen Menschen gehasst. Hate Speech, Sifftwitter und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch noch so merkwürdige Menschen mit einem roten Irokesen, die ihm dann wirklich viel Geld spenden und vermutlich im Innersten denken, jetzt habe ich wirklich etwas Gutes getan und habe diesem armen Mann geholfen. Aber ob das alles echt ist oder ob diese Personen dann einfach nur gut dastehen wollen, das weiß ich auch nicht. Aber ich würde kurz sagen, es gibt keine vernunftbegabten Menschen, die Rainer irgendetwas abkaufen. Zumindest habe ich noch keinen getroffen. Die nächste bzw. letzte Frage für dieses Video. Denn ich sehe gerade, dass Rainer ein Stream bei TikTok gestartet hat und den möchte ich ungern verpassen. Aber die nächste Frage passt eigentlich ganz gut. Glaubst du, Rainer wird irgendwann aus eigenen Stücken seine Internetaktivitäten einstellen? Und man sieht es ja, nein, wird er nicht. Wenn Rainer nicht von außen gezwungen wird, und damit meine ich nicht die Hater, denn das hat ihn über mittlerweile zehn Jahre nicht gestört, sondern wenn er nicht von außen gezwungen wird, sprich Haft oder Psychiatrie oder ja, irgendwie solche Dinge, wird er nicht aufhören. Und das hat nicht mal den Grund, wie ich auch schon in irgendeinem Video mal gesagt habe, dass Rainer denkt, er muss jetzt damit Geld verdienen, denn er verdient momentan damit kein Geld. Nein, er hat einfach einen unbeugsamen Narzissmus. Er muss sich der Welt mitteilen. Und er fängt ja auch wirklich wieder fleißig an zu provozieren. Ich weiß jetzt nicht, was er in dem heutigen Stream so sagen wird. Natürlich wieder, ja, ich wurde aus dem Hotel geworfen, es ist alles so ungerecht und die Hater sind dran schuld, das sind alles kleine Lutscher und so weiter und so fort. Er wird wieder provozieren, weil er nicht anders kann. Und nein, Rainer hat ja A, noch nie wirklich versucht aufzuhören. Er kennt es auch gar nicht mehr ohne das Internet. Er hat ja schließlich, wie gesagt, die letzten zehn Jahre damit verbracht, irgendetwas ins Internet zu werfen. Und B, hat er auch kaum soziale Kontakte. Wir kennen zwar seine sozialen Kontakte, aber das sind wirklich nicht viele. Und wenn Rainer dann mal wieder eine schlimme Situation hat, wie vermutlich jetzt, dass er aus dem Hotel geworfen wurde, dann muss er sich einfach mitteilen. Jeder Mensch möchte ja über Probleme reden. Und für Rainer ist das halt der logische Schritt, den Stream anzuwerfen und der Welt von seinen Problemen zu erzählen. Außerdem begreift Rainer nicht, dass seine Internetaktivitäten alles noch viel schlimmer machen. Er sieht es zwar, aber das sieht er dann eher als Kampfansage an und sagt, ja, jetzt erst recht. Er hat ja auch damals das Angebot der Richterin abgelehnt, die ihm vorgeschlagen hat, dass er mit seiner YouTube-Aktivität aufhört und dafür Bewährung bekommt. Jeder normale Mensch hätte gesagt, ja, okay, ich möchte nicht ins Gefängnis, ich nehme die Bewährung und lasse halt meinen Müll im Internet. Rainer aber nicht, weil er eben nicht anders kann. Und das wird so lange weitergehen, bis er einfach nicht mehr kann, beziehungsweise bis man ihm das wirklich in letzter Instanz verbietet. Und es wird immer wieder Plattformen geben, auf denen Rainer seinen sogenannten Content verbreiten kann. Er verdient dann damit zwar kein Geld mehr, aber befriedigt zumindest für einen kurzen Zeitraum seinen Narzissmus. Ja, das war es jetzt erstmal mit dem zweiten Teil, denn wie gesagt, Rainer streamt gerade bei TikTok und das möchte ich nicht verpassen. Medal of Medal of Ja, das ist einmal mit dem zweiten Teil. Das ist das Spiel ist ja auch mit der dólar, Ich werde es noch mit dem zweiten Teil, es ist ein paar Monate zu geben.